Die letzte volle Woche hat begonnen in diesem Jahr, denn wir haben diese Woche noch keinen Weihnachten. Nächste Woche ist dann Heiligabend am Freitag und das heißt, da klingt das Ganze aus, also eine spannende Woche, die da aktuell noch vor uns ist. Wie hat sie gestartet und mit was müssen wir rechnen? Ihr habt ja vielleicht das Video, den Beitrag gesehen zum übergeordneten Bild, deshalb will ich das gar nicht so dezidiert nochmal ranbringen. Das habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf, was ich da gesagt habe, aber ihr seht hier, was wir in den letzten Stunden bekommen haben und das ist eine Abwärtsbewegung. Die an sich soll noch gar nicht so sehr schrecken, ehrlich gesagt, denn ich sage mal so, dass es hier nochmal so ABC runter geht, ist das eine idealerweise mit möglichst wenig Überschneidung. Das wird noch eine spannende Geschichte werden, ob der Markt hier überschneidungsfrei hier das Ganze hinbekommt. Wir wissen, dass Überschneidungen tendenziell nicht optimal sind, wenn es darum geht, die Haupttrendrichtung. Klar zu machen. Und man hat beim DAX ein bisschen den Eindruck, ich sage es mal so, dass das, was wir hier haben, dreiwellig ist, das ist ja noch nicht schlimm. Dass das hier ein Fünfweller ist, ist auch noch nicht schlimm. Dann ist ja durchaus zu erwarten, dass hier ein Fünfweller ist. Das Stichwort, das insgesamt ist ein Zigzag. Das ist ein Klassiker. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, sowas. Ja, das ist durchaus denkbar. Hier vorne war das nicht so. Da sieht das eher nach, hier ist ein Zigzag, da ist ein Zigzag und dann ist das doch bestimmt zwei Zigzags, zwei Zigzags. Also ein sogenanntes Double Zigzag. Das ist vielleicht nicht ganz so typisch, weil gerne, sehr gerne ist es so, dass wir vorne eine scharfe Korrektur haben und hinten eine Seitwärtskorrektur. Das heißt, vielleicht ist das auch gar kein Zigzag da hinten. Vielleicht ist das hier auch doch irgendwie was Korrektives. A, B, C und hier hinten nochmal das. Der Punkt ist sehr ähnlich auf dieser Höhe. Wir sagen dazu eine Seitwärtskorrektur, eine Flat Correction. Also auch so ein Rücksetzer ist noch nicht wirklich schlimm und kann durchaus noch dafür sorgen, dass wir anschließend weiter nach oben gehen. Das wäre noch wunderbar. Idealerweise möglichst wenig oder eigentlich gar nicht mit Überschneidung. Oh je, der ist mir komplett misslungen. So. Also wir haben so eine Marke. Ich hatte sie angekündigt im Video. 15.510. Idealerweise bleibt der oberhalb. Aber bis dahin ist noch alles völlig safe und völlig normal im Sinne einer. Oh je, jetzt gehe ich hier völlig beserkt. Machen wir es nochmal richtig hier. Also eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte wäre ja alles andere als atypisch. Wir haben es ja hier auch sogar. 1, 2, 3, 4, 5. Also das würde alles noch ganz toll in dieses Verhaltensmuster passen. Alles safe. Ja, also insofern denke ich mal, ist das in Ordnung. Wie sieht es denn bei den Amerikanern aus? Denn ohne die geht ja auch nichts. Und da passt es eigentlich genauso. Auch die Antwort, die wir jetzt heute haben. Einige finden sie total doof. Ja, ist nachvollziehbar, ist verständlich. Auf der anderen Seite, eigentlich ist es ein Klassiker, dass wir hier jetzt eine Korrektur haben. Insgesamt hier in der Aufwärtsbewegung, ich sage mal ganz grob, wenn wir das mal so sagen. Hier war eine Korrektur. Hier scheint jetzt irgendeine Korrektur entweder hier zu kommen. Vielleicht gehört das auch noch mit hinzu. Anschließend nochmal nach oben und wir sind im Fünfweller unterwegs. Nur zu tief sollten wir nicht runtergehen. Nur anders als der DAX hat der DAO hier noch eine Menge Platz für eine Korrektur. Viel mehr, als er vermutlich brauchen wird. Was natürlich nicht ganz optimal ist, wenn der Kurs jetzt das macht und das. Aber das soll uns per se noch nicht schrecken. Denn auch eine ABC ist bis dahin ja noch korrektiv und hat ja normale Chancen, sich eben entsprechend nach oben weiter fortzusetzen. Wir wissen, ABC ist so ein klassisches Korrekturmuster. Nur je länger die wird und dann wackele ich nach oben, dann wird natürlich auch die Antwort länger. Und dann irgendwann ist dieser Punkt so tief, dass er auf jeden Fall hier drunter ist. Das heißt, die erste Länge des Abstiegs, die können wir schon mal mit ins Kalkül reinziehen, wenn es darum geht, zu vermuten, wie lang der hintere Teil ist, sofern das korrektiv ist. Noch also alles safe, noch gar keine Gefahr, auch wenn das jetzt korrektiv aussieht. Es ist eigentlich noch dieses klassische Verhaltensmuster, wo man sagen kann, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Selbst wenn er jetzt so eine ABC macht, dann lasse ich ihn doch in Gottes Namen, kann er ja im Anschluss danach wieder steigen. Beim S&P und beim Nasdaq sieht das vom Rhythmus ein bisschen anders aus. Man hat fast schon den Eindruck, dass wir hier schon so halbwegs hier fertig sind mit dieser Aufwärtsbewegung. Das heißt, sogar ein Rücksetzer in diesem Bereich gültig ist. Und das wäre absolut noch in Ordnung. Ein Rücksetzer gemäß Fibonacci, wir können es mal hier im 4-Stunden-Chart einzeichnen, wäre absolut safe. Auch noch in dem Bereich bis 4.580. Das ist wohlgemerkt jetzt schon der Märzkontrakt, denn vielleicht ein wichtiger Hinweis für viele, wie die Futures handeln, ab letzten Freitag, also sprich ab heute jetzt, sind die Volumen umgestellt schon auf den nächsten, was heißt das Volumen umgestellt? Man tradet normalerweise jetzt schon den nächsten Kontrakt. Aktueller Kontrakt wäre eigentlich noch der Dezember 2021. Der fällt aber am Ende dieser Woche in den Verfall. Das heißt, anders als der DAX, den man gerne noch bis zum Tag vorher oder sogar notfalls am Tag so handelt, wird in Amerika typischerweise eine Woche vorher nicht mehr der alte Kontrakt gehandelt, sondern schon der neue. Das heißt, jetzt gilt eigentlich alles, was man sich anguckt auf dem März 2022-Kontrakt. So, also ihr seht, das ist ein bisschen anders, das Bild. Auch hier wären Rücksetzer noch völlig in Ordnung. Also das, was ich angedeutet hatte beim DAX, der vielleicht dann das nutzt, um nochmal tiefer zu gehen, das kann uns durchaus blühen, während er eine normale Korrektur macht. Ist es denkbar, dass der DAX sagt, dann holen wir nochmal eine Stufe weiter aus und steigen dann erst nach oben. Das bullische Bild ist aber in keinem Fall ernsthaft angegriffen. Ich denke mal, alle diese Szenarien weisen aktuell noch darauf hin, dass die besseren Chancen nach oben sind und es nur um einen korrektiven Rücksetzer sich handelt. Erst wenn der Kurs massiv nochmal runtergeht, müssen wir uns nochmal Gedanken machen, ob die Form und das Ausmaß, die Größe, noch wirklich dazu passt. Also das ist etwas, was ich euch empfehle, da nochmal im Moment nicht in Sorge zu geraten, aber dann, wenn der Kurs wirklich dramatisch tiefer geht, werden wir uns sicherlich dazu auch nochmal unterhalten und dann können wir uns überlegen, ob man dann rausgehen sollte oder eben entsprechend sagen, tapfer sein, lohnt sich noch drin zu bleiben, das Bild ist noch nach wie vor nicht kaputt. Also, der aktuelle Rücksetzer, nicht erschrecken lassen, ist noch alles ganz normal, noch okay. Es kann natürlich sein, dass er sich ausweitet, es gibt aber noch keine Anzeichen, dass damit jetzt die Panik losgehen muss. Das sind alles noch Größenordnungen, wo man sagt, naja, was erwartest du? Ein Rücksetzer auf so einen Anstieg, den wir hier jetzt haben, der ist nun mal gerne, ich müsste noch das Hochtreffen da oben, ach komm, machen wir es so, also vom tiefsten zum höchsten Punkt, der geht nun mal gerne hier rein, also sollten wir uns da nicht drüber markieren, wenn er das dann natürlich auch wahr macht. So, in diesem Sinne, euch einen wunderbaren Wochenstart, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.